aber auf der straße sieht schon cool aus hier so laufen laufen und noch ein kleber perfekt ich sammle jetzt nur die kleber anstatt den ducktapes das ist irgendwie angenehmer ja komm jetzt hier auf zu husten und zu hechten sieht doch alles super aus vor allem der himmel mit zwölf bier unterwegs kann wirklich nichts passieren ein baut da noch die hecken so ein bisschen so pixel ich muss mal ein bisschen stoppen da ist das nächste zelt hallo zeltlager jetzt geht es aber richtig rasant zur sache hier von einer aufnahme geschwindigkeit jetzt kommen sie mir raus aus der stadt da schon wieder nächste sächen das ist jetzt gemein ich muss jetzt schnell ducktapes machen und schnell die lady hier oben hauen das duckttape nehmen ja mir bleibt keine wahl also ich baue diese bomben jetzt nicht scrappen wir sie mal gibt mir diese lead trophy und dann scrappe ich sie ich habe immer noch den topf im sack ich hätte den anderen topf mitnehmen soll damit sich das lohnt jetzt habe ich es irgendwie gezweiteilt jetzt habe ich richtig duckt hier duckt noch mal 15 5 ja pass mal auf wie zeit funktioniert ja prima dann sind wir nämlich die teile hier los der macht jetzt exakt vier stück ja mit dem öl ich laufe jetzt mal vorbei an der straße direkt zum zeltlager schade dass es hier keine bücher und gibt das wäre echt super so ich muss mal kurz beiseite so Scrap. Nach oben, nach oben, nach da. Nach da. Und jetzt umfassen. Nichts. Bis hier noch am Anfang. Die ersten haben mich ja derart genervt. Das war unglaublich. Jetzt kann ich das Ding dann doch wieder mitnehmen. Ach, Herrgott. Hätte ich jetzt doch mal behalten. Sekunde. Ja, den kann ich nicht einfach scrappen. Ist da noch jemand? Hallo? Hallo? Da. Hallo? So, mein gutster. Scrappen und Scrappen und Scrappen. Und schon wieder Honig. Komm, ich trinke jetzt einfach mal den Honig. Der hilft locker. Weg ist er. Da machen wir direkt auch noch mal ein Ducktape draus. Kann er nicht schauen. Dann bin ich hier wieder los. So, jetzt können wir plündern. Jetzt sind alle weg. Was war mir cooler? Ein Stück Fleisch. Lass ich mal jetzt gerade. Brauchen wir nicht. Wir gehen hier dran. Boah, schon wieder so ein geiler 600er Magnum Frame. Ich werde noch bekloppt hier. Der ist aber nicht so geil wie der hier. Scrappen. Und alle Munitionsarten einmal dabei. Scrap. 600er Pistol Parts. Scrap Shotgun Stock 600er. Was mit dem hier ist. Auch ein 600er. Der ist aber wesentlich geiler. Ich tu den mal da rein. Danke. So, den schmeißen wir weg. Genauso wie den Iron Arrowhead. Die Steel Arrows droppen wir. Und dann haben wir noch. Das ist so. Kriege ich das noch zusammen? Und diese Shotgun, also 600, 600 ist schon geil. Behalte ich. Äh, nicht drauflaufen. Und wir haben ein Jagdmesser. Sehr schön. Das kommt dahin. So, die Pistol Parts kann ich locker wieder scrappen. Die 600er Shotgun schraubt mir nicht mit. Oh. Noch eine Leike. Dann komm schon, komm schon. Ah. Ah, Magnum Parts. Habe ich schon welche drin? Die sind aber deutlich besser. Sekunde. Die Steel Arrows. Kann ich immer noch nicht scrappen. Aber droppen. Assemble this one. Scrap this one. So, was habe ich wieder aufgehoben? Die Steel Arrows. Tschüss. Kommt, pfeif auf diese 600er hier. War das alles? Could it be that this was all? Wir haben tatsächlich immer mehr von diesem Kack. Hier kann ich die schon scrappen. Hier kann ich scrappen im 5er Pack. Ihr kommt nach oben. So. Und das leere Glas kommt ebenfalls hier runter. Das fülle ich gerade nochmal auf. So ganz einsam und allein kann ich das ja nicht hier in meinem Inventar stehen lassen. So, mein Freund. Das sieht besser aus, ne? Gehen wir mal nach oben. The street was over there. Da möchte ich dann auch wieder hin. Kann ich mal gucken. Ja, die Straße wäre mir doch deutlich angenehmer. Was ist denn da oben übrigens? Ist das ein Auto? Weiß. Boah, Alter. Erschreckt mich nicht. Hast du mich verstanden. Jetzt hat er alle hier. Schnell, schnell, schnell. Mitnehmen. Und dann erst in die Fresse hauen. Junge. Alter Verwalter. Top Gardenhoe Scrap. Jetzt nicht. Ähm, okay. Hier war ich noch nicht. Ich gucke trotzdem mal drauf. Ich laufe nicht zufälligerweise. Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Zu meinem Ausgangspunkt zurück. Ich müsste einfach noch tiefer. So, dann laufe ich jetzt wieder nach oben. Treffer. Blutigoti. Blutligo. Ich könnte neben mir noch ein paar Steinchen sammeln. Aber ich kille jetzt erstmal ein paar Zombies. Noch mehr Honey. So, hier geht es so fantastisch schnell. Ich könnte alle Blumensachen und so wieder anstellen. Lasse ich jetzt trotzdem aus. Vielleicht seht ihr dann jetzt auch mehr. Ja. Who knows? Who knows? Welche Nase? Die Hu-Nase. Ne. Jetzt sagt die Straße endet hier. Oh, dann haben wir Glück gehabt. Geht wieder hier nach unten. Immer diese seltsamen Kreuzungen. Okay, jetzt liebe Dinge. Verzeh. new muslim. Auf. Och. anda mosquito. Bez. Get shops. Oppä? Ich min. Du s Regardless.